ich finde es sehr groovy ich bin ich nicht nett ja und auch nur leicht fett was das ist aus dem zufrieden um nein ich bin ganz anderes Ziel durch mich der Mission angenommen ja ich habe gesagt nicht ich brauche deine Hilfe wir müssen weg 50 Meter sehr wenig können sie sind tausend wenn es sind was man rüber auf die andere Insel was für eine andere Insel das ist gar kein Pinsel die jeden so um ein Nitro kann man sie nicht einschalten sollte ich vielleicht erst mal parken irgendwo aber ich werde gerade verfolgt das ist nicht gut nee verstehe ich der Wagen klingt aber schon mal nicht schlecht so wie ein schöner der schlurrt wie mein PC oh Gott wenn der PC schreit der Schein der Hilfe wow ich bin auf der Brücke gefallen Bet's not so groovy das Bett was für ein Bett? der Icon schlieb oh ich glaube ich sterbe hier oh ich glaube ich sterbe hier so steige ich mir aus was ist denn das hier oh nein oh Gott jetzt brauche ich deine Hilfe ne ich brauche deine Hilfe ne ich brauche deine Hilfe ne ich brauche deine Hilfe weil ganz viele Supermänner hier mich angreifen Superman 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 das ist der Held in deiner Welt au naja ne das ist Actionmänner das ist vorbei ich bin stunden danke wir streng dich doch mal an ordentlich okay hier auch die große alleine besiegen so die sie irgendwo Daten ob er mir Kann sein, ob er bei mir Daten vernehmt ist. Guck mal, wie hoch er jetzt springt. Olli! Peter! Help me! I need somebody! Help! I need somebody! I'm so excited! Help! Somebody else like me! Oh, jetzt stecke ich hier fest. Where?! Yeah! Yeah! Steck hier fest, ey! Ne, jetzt nicht mal. Äh, finde ich jetzt nicht so geil. Dass ich stecke. Na. Freu dich doch für mich, nein. Was? Warum sollte ich? So, ähm. Darf ich nicht mal, darf ich mich mal nicht für dich freuen? Geht das denn, musst du immer so egoistisch sagen? Alright! So. Dann frage ich mich auch immer. Wenn du sagst du immer ja. Okay, dann kommen wir jetzt halt zu dir und versuchst du mir zu helfen. Ja, endlich ist mal mal nicht so egoistisch. Na. Na. Wir sind schon fast fertig. Ach so. Ich bin fertig mit dem Leben, weißt du? Hast du so eine Kreatur oder was als Gegner? Äh, ne. Die großen, die ich nicht mit kämpfen kann, weißt du? Also gleich. Wenn ich hier mit fertig bin. Fliege mal rüber. So. I need somebody. Super Ben, komm zu dir gepflegt. Super Ben, komm zu dir gepflegt. Ja. Ich bin noch ein paar Datenpunkte. Ja. 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 Du bist jetzt hier. Wobei soll ich dir jetzt helfen, bitte? Äh, ich bin ja schon fertig. Ich hab dir doch gesagt, äh, ich bin ja eh gleich fertig. Ich hab auch sehr nicht mehr kommen. Äh, ein bisschen gedacht gekommen. Hm. So, jetzt komm. Ich komm, äh, ich komm ja schon. Ich find's auch real echt für dieses Spiel echt realistisch. Und ich, äh, weiß, dass so das echte Leben ist. Natürlich, natürlich. Dass man sich jeden Tag auf Arbeit kommen. So komm ich natürlich auch immer auf die Arbeit. Ach ja, ne, geht ja gar nicht mehr. Verdammt. Ne, so bin ich auf der Arbeit. So. So. So weit auf der Arbeit. So. Ich find jetzt nicht, nein. So, siehst du die Ziele nochmal gefragt jetzt. Ne, 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 sehe ich nicht. Siehst du nicht die weißen Kreuze? Ne. Alright. Hey. Hey. Das ist so. Hm. Oh, okay. So. Ich glaub ich mal ne Taus hoch. Da bin ich ja haus hoch überlegen. Ich glaub ich sterbe. Ach, hier ist wieder ne Mission. Nein, du, kommst jetzt her. OK. Wir müssen hier den Gegner zerstören. Das schaff ich nur mit ihr zusammen. Okay. Oh ich mich da bekomme ich natürlich Felsen vorliegen die Gegner tot der KG Euro da weiß er denn da komme ich sofort Kürzer oder wenn ich mich nicht für die Schilder sich wissen was jemand denkt der uns zu beizügeln und nicht gut nicht gut ist in der Welt das heißt genau das wäre ich auch denke ich habe einen Punkt das hat sich so gewollt das ist schon mal maximal mal 4 und kommen auf ihn maximal ist mal 4 Maximum achten macht schon wieder der Fremdwerbung hier A A ich mach die Gegner Töte für die Stiftung ich sehe die Kiel auch bis auf dem Hochhaus ich dachte müsste hoch und nur die Sieg die Doppel glaubt wird nichts so kommen wir müssen jetzt hier in Ziele schon kommen hier Kuhlmann ja ich bin dran gesucht ist das auch ok ne du sonst herkommt daneben daneben komm her das blöd wenn der andere was sagen kann dazu oh nur die juhu runtergefallen ja wir sollen noch runter oh das ist runter so ich bin hier beim ersten Ziel gleich du müsstest dich jetzt bitte ball ball ne 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 bin ich schon dabei o o juhu die r 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 und unter über folgliches Fall oben ist schon wieder weg noch ein Haus hier denn den Däden den Däden 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 die Däden und die Brotter Mauer und Kultus in die der Mio Brotowich nicht mehr aber du eben woanders machen muss immer nicht zur Augen zu arbeiten was zu tun mit unserer Beziehung boah ne Ben ich den der ist stärker hier der um mach schnell wo denn na hier bei mir guck auf die Karte man guck auf die scheiß Karte ah er kriegt zu viel Prozent ich bin dein bester Freund ne ich bin dein bester Freund weil wir sind oder nicht sag ich bin der Schützer Albtraum aber ne so was gemacht ich hab's gemacht endlich so äh was jetzt ey guck mal da oben ist nur noch Dreiecke bekannte sich ja ausschalten komplett ok dann machen wir nicht du nimmst das ganze links ich nehm die beiden hier und das Simulation ist die leichten das war schwerer BAM jetzt hätt ich dich fast gelobt aber nur fast Jui ich bin tot ne 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 irgendwie wollte er meinen äh schläger nicht raus holen ne 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 Wir bleiben doch lieber zusammen, ne? Ja, danke. Zu bedanken sich nur wenige. Zu bedanken für die Rettung. In letzter Sekunde. Ey, du kennst mich doch. So bedanken nur ich mich. So viel für einen schweren Kampf. Ist okay. Oh mein Gott, jetzt bin ich gleich tot. Bär! Bär! So viel für ein Bär. Bernd, das Brot. Oh, leee. Ein Mensch! Dino, fuck a Dino. Dino, fuck a Dino. Wer es kennt, soll mal sagen, hallo. Ist echt tolles Lied. Kann ich immer nur wieder sagen. Findest du doch sicher auch, oder? Natürlich. Danke. Immer doch, immer doch. Das war so geplant. So. Scheiß Kugeln immer hier überall. Was muss ich jetzt, was mach ich denn jetzt mach? Das war ja gar nicht genau. Ich wollte ihn eigentlich sterben. Das... Ähm. Scheiße, das finden wir ja noch mehr mal. Da geht da so jemand mit! So. 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 So schnell wartet. Bin ich echt begeistert von dir. Oh, danke. Wow, danke. Gonna fuck with the president! Supersprung Arithmie. Gubost? Bin hier auf dem Dach und jetzt mach ich dass letzte ost. So kannst du mal zur kuppel gehen in die Mitte. Ach so. B prop? Das wäre jetzt so. Freizeit. Fühl ich mich ja recht frei, ne? Ja, mach dich mal vor... Ne... Ich komm wohl oben!! In dem Zusammenhang will ich das gar nicht hören. Oh... 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 auch wiederum Schatz die Stille ein bisschen alle und bis sie sich nicht möglich hin wenn er mal schützt wenn sie doch nur entschuldigt so geht das nicht mehr für mich oder schwarzen ist deswegen nicht hin den schwarzen wie noch mal das Ding zu damit möchte ich glaube ich muss immer wieder sehr gut ich dachte immer ich werde Hacker hier der Torpest mit Bezels aus R mehr Naja da kann man daran arbeiten ist ausbaufähig Für mich